Musik Gut, ich hätte gerne... Jaja, ich muss erstmal reinkommen Ich hätte gerne, dass die E5er bitte hier hin und dann hier reinfahren T57 Heavy ist halt nicht bitte hier hinten Fahren hier weiter durch Eine Badjet spottet bitte hier vorne Der Leo hält sich bitte mal hier hinten in dem Bereich auf Der Russenmeet hält sich bitte mal hier auf Und die andere Badjet fährt auch mal hier vorne mit ran Und dann fahrt ihr hier hinten durch mit den T57 und Badjets Und ah, dies ist ja klar, ihr aimt quasi da ein Ja, da oben drauf erstmal eine Das nenne ich mal Strunkenglisch So, E5er direkt durch Bis hier hindurch Erstmal hier vorne an die Hauskante am besten ran Habt mir noch ein bisschen Deckung Verteilt euch hier erstmal so in den Straßen In den oberen Straßen Und T57 setzt dann auch weiter durch Vielleicht am besten Warte ich, wo fährt die E7 dahin? Hat sie da irgendeinen Plan? Gut, die E5er zurückziehen, zurückziehen E5er, zurückziehen E5er Die Maus raus Einschuss noch auf die Maus Schön Vor uns E5er E7er Hier T61a, kannst du da reinschießen irgendwie? Geht das? Bin dabei Ok Wollen wir mit den Heavys den E5 rausnehmen? Dingo, stell dich mal hinter das Haus Ähm, der wartet erstmal da Guck mal, der kann die Arty da vorne auf? Genau Ja Schön, der war gut Oh, von der M53 Sollen wir jetzt drücken hier oder nicht, weil die E5er vorfahren? Ja, dann drückt ruhig Die E7er, Achtung No, fucks No, fucks Fettnummer Meek Nummer 1, Manuel Achtung, oben der E5er, ich muss auch gleich wieder zurück Danke Manuel Los, wir werden hier E7er raus Enemy Arbor is destroyed Gut Komm, so schön, jetzt weiter hier vor So, E5er jetzt hier oben Pullt hier und nimmt hier oben die Ridge Line ein mit den E5er Ja Wir könnten hier hinten in der Ecke immer noch Arty Help gebrauchen Ja, ich schieße den Laden auch Leo, du kannst jetzt auch vorkommen, hinten ist nichts mehr Sorry, ich hab dich ein bisschen vergessen Sorry Die drückt nämlich jetzt uns hier hinten vor 20 Sekunden Hier, nehmt hier die Mets raus Erstmal mit den E5ern Ja, ich Ja, ich komm hier nicht durch Entschuldigung, Entschuldigung Ich treff nix, ey Fettnummer Die ist getrackt oben drauf Kriegt hier hinten den 351er irgendwie raus? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja Jungs, ein bisschen Support, danke Arty ist offen von denen Ja, kann hier jemand rausnehmen? D62 ist dabei Die Low APs mal ein bisschen hinten stehen, das war Felix links Hier hinten irgendwo Zugfahrt, lasst mal ein bisschen warten, wir haben genug Meter AP noch in der Mitte jetzt kommen sie ist natürlich ja schön so sie sind mit den fünften da genauer druck drauf zu bauen das schafft er ist ja gar nicht so schlecht aus erzählt mal zu dass die europäische sterben der lo ist hinten bleiben ja neben den 100 und den 140 raus ist ein 100 kommt ein schuss nach jetzt 140 unten ingo wieder mumpeln nach der nein shooter und hat sie gar du hast du bloß den schuss schön